Wir sind gerade auf einer Europatour, für Lau natürlich, für so wenig Geld wie möglich und jetzt in Münster, das ist jetzt der vierte Stopp und bis jetzt gefällt uns Münster eigentlich am besten, weil Osnabrück war scheiße, was Straßenmusikern ging und die Verkehrsführung war einer trocken, da kann man gar nicht rein, da kann man nicht raus und jetzt so gut Münster. Wo geht's jetzt hin? Der nächste Stopp ist dann nach Köln oder Hannover und dann geht's mit vielen, vielen Zwischenstationen runter nach Österreich, dann Italien, einmal kurz durch Frankreich, dann in Spanien, da haben wir wieder Leute, wo wir schlafen können und so. Okay und was ist hier der Stundenverdienst, wenn ihr hier so eine Stunde Mocke macht? Kommt auf den Takt drauf an, aber... Ja, so 14 Tranken, also 14 Euro. Ja, alles klar. Ja, so 14 Euro. Ja, so 14 Euro. Ja, alles klar. Ja, so 15 Euro. Ja, also 17 Euro. Ja, so 18 Euro. Ja, so 15 Euro. Ja, 15 Euro. Ja, alle 14 Euro. Ja, always peer. Da D via milkіс嗯? Ja, besonders 20 Euro. Ja, waist die Kohleました. Ja, einfach 그거 aus ko успững. Ja, maximal schnauert sa um Eis ab zu. Ja, aber Parr. Ja. Ja, aber auch weiß. Schenderte. Warum nie? Ja, nochmal irgend, Frau. Ja. Ja.